Wer kann besser malen? Linke Seite oder rechte Seite? Ich bin gespannt drauf, was soll das werden? Was ist das denn für ein Trick? Mit der Zahnbürste einfach die Sterne machen! Ja, diese Farben sind voll geil. Jetzt werden Palmen gezeichnet. Das sind schwarz. Wie geht das bitte? Das sieht jetzt schon mega geil aus. Ich kriege hier GTA Vice City Vibes. Jetzt kommt die rechte Seite. Mal schauen, ob das besser aussieht. Die Farben sind schon mal richtig geisteskrank. Sterne sogar ein bisschen besser. Jetzt kommen gleich die Palmen. Die sind sehr, sehr detailliert. Boah, das wird schwer werden. Freunde, ihr müsst abstimmen. Schreibt sie in die Kommentare rein. Was gefällt euch besser, links oder rechts? Es sieht geisteskrank aus.